Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Attack on Titan. Ja, wir sind jetzt immer noch hier in Trost und fliegen jetzt zur Basis. Ah, ich könnte mal wieder nachtanken. Aber das mache ich dann mal jetzt. Ja, ich könnte mal wiederholen. Voll stark! Du lässt uns sofort in Ruhe, du scheiß Titan. Hä? Er hat uns mich doch eigentlich getroffen. Hm. Das war's für heute. Gleich hab ich... Was? Das heißt größerer Titan ist erschienen. Oh oh. Ich riech den Ärger. Wo ist er? Wo ist er bloß? Weil man kann irgendwie auf der Karte das so schlecht sehen. Weil die ganzen Ziele waren immer rot markiert. Hey, nicht zu viel Zeit. Aber es kann sein, dass ich jetzt nur so einen kleineren Part jetzt mache. Jetzt kann ich auch Sachen zerren. Es geht einfach da durch. Wenn du jetzt noch Tackle oder die Nachkarte durch, was weißt, wie immer wir jetzt. Das ist jetzt nur 12 Jahre lang. Die Nachkarte hat mir gesagt, ist die Nachkarte verlassen. Ja, ich bin eigentlich nicht. Ist mir das nicht so, das kann das Ziele machen. Ich bin eigentlich so, ich bin nicht schrecklich. Es bin jetzt schnell. Ich bin ein wenig schrecklich. Es kann das Ziele machen. Ich bin einfach nur des Ziele. Ah, da ist der ja. Dieser kleine Sperr soll so gefährlich sein. Ernsthaft jetzt? Dein fucking ernst? Ich habe nicht nur mörderische Instinkte, sondern ich bin eine Kampfangst. Was? Ich habe keine Ahnung. Das ist so schön! Das war's für heute. Ja. Er ist tot. Hä? Nein. Oh oh, ich weiß jetzt was kommt. Der erste ist weg. Oh je, Thomas hat es erwischt. Das macht Ehren sauer. Au. Dein, seine Ausrüstung ist im Arsch. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Die ganze Truppe geht weg. Oh, ich weiß nicht. Außer Armin. Auch wenn es jetzt so aussieht, als ob Armin auch gefressen wird, wird das nicht so sein. Wie viele los sind? Es geht nicht, wenn ich... Oh, ich weiß nicht. Ach, nicht. Neu, ich weiß nicht. Ach, nicht... Ach! Ich bin der Welt der anderen Seite. Aiden! Hayek! Aiden! Aiden! Also dann... Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich mache dann morgen auch einen neuen Part. Also dann, bis zum nächsten Part. Macht's gut!